Bis zu 30.000 Messebesucher pro Veranstaltung, interessiertes und kaufkräftiges Publikum und ein passendes Rahmenprogramm. Das ist die Allgäu-Show, die Regionalmesse in Immenstadt, Sonthofen und Memmingen. Verbessern Sie Ihr Image, erhöhen Sie Ihren Absatz und zeigen Sie Neuheiten Ihrer Firma einem breiten Publikum oder genau Ihrer Zielgruppe. Denn die Allgäu-Schau ist vielseitig, interessant für Jung und Alt und ein echter Besuchermagnet. Kein Wunder, dass sich die Aussteller nach vier Messetagen zufrieden zeigen. Die Messe gefällt mir sehr gut hier in Memmingen. Das Publikum ist auch sehr toll, sehr interessierte Menschen, schön. Also mit der Allgäu-Schau sind wir zufrieden, weil bei uns ist eigentlich das Publikum optimal vom Alter her. Wir sprechen im Alter zwischen 20 und 70 Jahre und von dem her ist eigentlich alles vertreten. Ich fand es jetzt ganz gut. Vier Tage ist auch etwas, was einfach noch machbar ist, wenn du alleine auf die Messe gehst. Das Interesse war sehr groß, sehr gut. Ich bin also angenehm überrascht, wo es ja hier auch Bäder noch in der Gegend gibt. Ja, also die Allgäu-Schau ist eine gute Messe. Gerade von den Tagen ein bisschen unterschiedlich. Am Donnerstag war es halt sehr voll, war viel Publikum da. Dann Freitag, Samstag war ein bisschen weniger da. Aber von der Beratung, die Leute haben Interesse, bleiben auch stehen, kann man die Leute auch gut beraten. Und von der Seite ist es ganz gut. Anfassen, ausprobieren und erleben, das steht für die Allgäu-Schau. Jährlich findet die Verbrauchermesse in Immenstadt und Sonthofen im Wechsel und 2012 erstmals auch im Wechsel zwischen Memmingen und Mindelheim statt. Ein Punkt, den nicht zuletzt die regionalen Politikvertreter stark unterstützen. Ausgezeichnet. Also wenn man hier die Möglichkeit hat, hier das Allgäuer Gewerbe sich anzuschauen, dann ist das wirklich ein großer Vorteil. Und ich wurde heute auch von der Blumenkönigin, Sie sehen es, auch entsprechend hier mit Blumen verwöhnt. Also ich kann nur sagen, Memmingen ist immer ein Besuch wert. Gerade jetzt zur Allgäu-Schau. Also ich bin begeistert von diesem Messe-Rundgang. Ich sehe hier viel heimisches Gewerbe, viel Handwerk, viel Dienstleistungen. Und ich kann eigentlich den Bürgerinnen und Bürgern aus Memmingen und Umgebung nur anraten, wenn sie Geld ausgeben, ob das im Hausbau ist, in Investitionen, in anderen Bereichen, dann finden sie hier die beste Möglichkeit, sich zu informieren. Ein ganz tolles Produkt, was man hier sehen kann. Viele interessante Anregungen. Informieren Sie sich unverbindlich auf allgäu-schau.de oder rufen Sie uns gleich an. 08323 für Immenstadt 96 740. Vielen Dank.